Silvester Stallone nahm ihm das aber nicht übel und lud uns auf sein neues italienisch inspiriertes Anwesen ein. Ich ging zum Santa Monica, das war... Das war ein langer Tag. Er war großartig. Er war großartig. Er war großartig. Er war großartig. Er war noch, wie er in Formen ist. Ich weiß ihn für alle Jahre. Ja, absolut. Ich mag es, weil ich es als ich älter bin. Es ist einfach ein Herausforderer. Aber du warst jeden Tag für den Formen? Ich habe es aber gelernt, dass das größte Problem ist, weil die Leute manchmal zu viel arbeiten. Wie wenn man jeden Tag arbeitet, der Körper kann es nicht reparieren. So jetzt ist es, am besten, drei Stunden. Und es ist sehr scientifisch. Und es ist alles mit Computern. Und es ist viel mehr professionell heute. Vorher war es einfach nur auf die Weile. Und jetzt ist es ein mentaler und physischer. Es ist viel mehr sophisticated. Die Tage sind einfach in einem Gym, und zu essen, und zu essen, und zu spüren, und zu spüren. 14, 15, 20 sets a day. Nein. Jetzt werden wir verletzt. Es ist unglaublich. Ja. Es ist alles über... Jetzt ist es Wissenschaft. Und sie wissen genau, wie man das größte aus dem Körper benutzt, mit Computern. Und wie man die Arbeitsplätze verbessern. Ja, es ist ziemlich interessant. Huh? Ist das eine Sicht? Oder ist das... Ich meine... Wow, 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 wow. Fantastisch. Ja? Du spielst Golfwear, so... Ich spiel in Riviera. In Riviera? Ja. Oh, hier. Es ist nicht so, wie man sich in Italien fühlt. Ja, absolut. Ich mag es, ja. Du hast das Design selbst gemacht. Ja. Es war sehr schwer zu bekommen. Es sahen, als es 200 Jahre alt war. Du bist ein Architekt, oder? Ja. Du bist ein Architekt, oder? Das ist meine Profession. Oh, ich liebe es. Das ist basiert auf einem klassisch Italiener Palladio. Ich weiß. Ich weiß, es ist Palladio. Hier ist ein Mann in der 16. Jahrzehnte. Und es hat sich alles herausgefunden. Ich meine, er ist wirklich ein fantastischer Architekt. Er war wirklich. Ich zeige euch hier. Wer war das? War das Italiener Architekt? Was ist das? Eigentlich, es ist... Es ist ein schönes Nachricht. Du kennst dich. Und dann... Das ist die Fahrt. Oh, ich liebe es. Wie geht es hier. Ich arbeite hier nicht. Aber ich meine... Das ist cool. Wer hat es hier. Ja. Ja. Look at this, yeah. I drive it and it just eats too much gas. No, is it? Yeah, no. I mean, you look still. But where? Where can we drive? Yeah. Wow. It's a real thing. That's great. Sly, will you leave you alone? Thank you. I want to go play in my eyes. I call you after Easter. Thank you very much, buddy. Oh, you're more than welcome. You're a good man. You're a good man. Really. Very sweet, gentle soul. Thank you very much. Nice meeting you. Beautiful house. Okay. You know, someday. Yeah. Give him a sip. How are you doing? I try. You cannot beat women. Yeah. One way or another, they're going to win. Bye-bye. Bye, Sly. Bye. Thank you. Thank you. Yeah.